Zum 25. Theatersommer ermittelt das wohl berühmteste Detektivgespann auf der Bautzener Ortenburg. Vom 24. Juni bis zum 8. August sind Sherlock Holmes und Dr. Watson, den mysteriösen Club der Rothaarigen, auf der Spur. Und dann sind da noch Holmes' Widersacher, Professor Moriarty und die verschwundenen Aufnahmen des legendären letzten Live-Auftritts der Beatles. Das verspricht Spannung, Witz und jede Menge Beatles-Sound. Tickets gibt es unter 03591 584 225 oder im Internet unter www.theater-bautzen.de